Heute sparen wir richtig Kohle. Mein Schwiegervater wird stolz auf mich sein. Na, ihr habt's euch gewünscht. Miri, besprich doch mal die günstigeren Make-Ups aus der Drogerie, um dich abzuholen, wenn du mein Ü50-Make-Up-Video noch nicht angeschaut hast. Was willst du sagen? Hör mal! Wenn du es dir noch nicht angeschaut hast, schaust dir an. Und ja, da habe ich Make-Ups drin vorgestellt und empfohlen, die etwas teurer sind oder sogar im ganz gehobenen Preissegment. Und ich verstehe den Wunsch zu sagen, wie ist das denn mit den günstigeren Produkten? Die gibt's ja auch. Und es gibt auch ganz viele YouTube-Videos, auf denen die besprochen werden. Und einige davon werden ja hochgelobt. Also, was hat die Miri gemacht? Ich bin losgezuckelt in die nächste Drogerie und war mal richtig einkaufen. Sehr, sehr geil. Super geil. So, und das ist jetzt auch schon der erste Disclaimer. Ich habe überhaupt keine Kooperation mit irgendeinem Hersteller. Alle Produkte, die ich in diesem Video vorstelle und so halb empfehle, ähm, das war jetzt schon ein Spoiler, oder? Ne, eins hat mich auch überrascht. Eins hat mich überrascht. Habe ich mir selber gekauft von meinem Geld. Das ist keine bezahlte Werbung. Die Produkte habe ich dir alle auch unter dem Video verlinkt. Wenn du dir davon eins direkt online bestellen möchtest, voll okay. Und ich spreche die Empfehlungen völlig unvoreingenommen aus. Warum? Weil ich selber kein Make-Up baue. Also, es ist wirklich ein Beurteilen aus kosmetologischer Sicht. Und Kosmetologie, das ist die Wirkstoffkunde, Chemiestudium sozusagen. Das heißt, ich schaue jetzt weniger als andere auf, wie schön lässt sich das verblenden oder wie toll lässt sich da das Rouge noch mit reinfriemeln, sondern wie gut sind wirklich die Inhaltsstoffe. Und da kommt gleich der nächste Disclaimer, weil beim dekorativen Zeug, ihr Lieben, egal ob Foundation, Rouge, Lidschatten, Lippenstift, sind wir in Deutschland und auf der ganzen Welt noch ungefähr in den 80er Jahren unterwegs. Wir finden da Inhaltsstoffe, ihr Lieben, die sind hart an der Grenze von Verboten. Und deswegen, was auch immer, übrigens auch bei den teureren Sachen. Also, es ist nicht so, dass das nur bei den günstigeren Make-Ups so ist. Ich sage dazu später noch was beim Fazit bei diesem Video. Nur bitte, ich empfehle hier in diesen Videos immer das geringste Übel. Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ansonsten schreibt mir auch bitte in die Kommentare, welche Drogerie-Make-Ups ihr benutzt. Also, was benutzt du gerne? Und beim Durchlesen machst du mir eine Riesenfreude, wenn du mir dann auch noch schreibst, warum du das so gerne benutzt. So, und dann geht es in meinen Videos ja auch immer schwerpunktmäßig um die reifere Haut oder die Haut, die wirklich auch ein bisschen Herausforderungen hat. Make-Up Ü50, Schminken, Make-Up, wie passt das zusammen? Voll gut! Super gut, das macht Spaß. Es ist eine sofortige Optimierung der Haut. Und du hast vollkommen recht, egal in welchem Alter, wir sind auch schön ohne Schminke. Und mein Lieblingsleitsatz ist, es ist besser, Make-Up zu wollen, als es zu brauchen. Also, sich aus der Not zu schminken, gut. Und dann freuen wir uns, dass es diese Produkte gibt. Und deshalb zu schminken, weil wir da auch so ein Stück weit uns verwirklichen, weil wir gerne mit Farben und Formen experimentieren, weil wir mit unserem Gesicht arbeiten wollen. Super! Und da gehen auch günstige Produkte. Keine Frage! Ich habe ein paar für euch da. Wir schauen genauer hin. Eine Bitte. Ich habe bei meinem sehr wachen Gang durch den Drogeriemarkt jetzt auch wieder diese Werbung bei Make-Ups gesehen für intensiv pflegend, faltenglättend, optisch verfeinernd, was auch immer straffend. Das ist in den allermeisten Fällen, Hashtag not all, nur in den allermeisten Fällen Unfug. Warum? Make-Up wird nicht dafür konzipiert, dass es tief in die Haut hineinzieht, sondern dass es oben auf der Haut drauf bleibt. Und wenn wir da mal darüber nachdenken, dürfte uns schon klar sein, dass die Wirkstoffe, wenn sie denn überhaupt ausreichend, also in ausreichender Menge, in dem Produkt drin sind, dass die dann wahrscheinlich eher mit den Pigmenten und dem Silikon, was in Make-Ups meist zuhauf drin ist, oben auf der Haut verbleiben. Wenn Make-Up gebaut wird, im Labor, dann gibt es andere Prioritäten als die Pflege. Hab das bitte immer in deinem Kopf. Für die Pflege benutzt du eine Creme, ein Serum, auch für die Wirkung. Und beim Make-Up-Achtenhersteller darauf, dass es irgendwie abdeckt, mal leichter, mal mehr, also Pigmentdichte. Sie achten auf das Auftrageverhalten, sodass du zu Hause vom Spiegelschrank das möglichst gleichmäßig aufs Gesicht verteilt bekommst. Sie achten darauf, dass es haltbar ist, und zwar in beiden Bereichen, also so schöne Doppeldeutigkeit, dass es lange im Spiegelschrank bleiben kann, ohne zu vergammeln, und dass es auf der Haut schön lange hält, möglichst den ganzen Tag und dann auch noch den Partyabend. Und dann gibt es noch den Punkt Farbrange, also welche Farbigkeit entwickelt das Make-Up auf der Haut. Gibt es genug Auswahl? Und es gibt noch einen Punkt Marketing, also wie gut kann ich so ein Make-Up verkaufen? Und da wird auch sehr viel mit Verpackungen und mit Werbeversprechungen und so weiter gearbeitet. Kennst du ja alle, brauche ich dir nicht zu erzählen. So ist auch nicht unser Thema hier. Gerade für die reife Haut, ich habe ja eben gesagt, die Pflege ist separiert bitte. Die Pflege findet vor dem Auftragen von Make-Up und nach dem Abschminken statt. Das heißt, wenn du eine gepflegte Haut in Zusammenhang mit Make-Up zeigen möchtest, dann gilt bei der gerade reifen Haut, mehr ist mehr. Ich trage eine extra Ladung Feuchtigkeitscreme, eine extra Ladung Feuchtigkeitsserum auf. Bevor ich mein Make-Up auftrage, dann spare ich mir übrigens auch den Primer, der ja auch wieder in den meisten Fällen eine Silikonmasse ist. Silikon dichtet ab. Silikon ist nicht furchtbar schädlich für die Haut, nur für die Umwelt allemal. Und das Silikon wäscht du dir abends eins zu eins einfach wieder runter. Wenn es um günstige Make-Ups geht, dann gibt es in der Drogerie eine Riesenauswahl. Das habe ich als Vorteil hier mal markiert. Also anders als in Parfümerien, wo wir im Luxussegment sind, außer natürlich in den ganz, ganz riesigen, haben wir in der Drogerie oft auf kleinem Meter relativ viele Produkte, zwischen denen du wählen kannst, die auch sehr unterschiedlich sind. Und wir haben, deswegen ja auch dieses Video, viel niedrigere Preise. Ich war bass erstaunt, ihr Lieben. Ich war schon lange nicht mehr in der Drogerie Make-Up kaufen. Und da gibt es ja Sachen für 3,95 Euro. Also gut, da könnten wir jetzt mutmaßen. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht so richtig gut. Nur warte, 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 warte. Wir schauen ja gleich zusammen hin. Und wie gesagt, es gab selbst für mich Überraschungen. Nachteil in der Drogerie, die Testing-Situation, um die richtige Konsistenz und auch vor allen Dingen den richtigen Hautton vom Make-Up rauszufinden, also der zu deiner Haut passt, sind extrem ungünstig. Das Licht in der Drogerie ist meistens sehr gelbstichig oder sehr blaustichig. Das heißt, du siehst nicht wirklich, wie das Make-Up draußen aussehen wird. Dazu kommt, dass Make-Up häufig noch nachoxidiert und du erst nach 5 Minuten den richtigen Farbton siehst. Nur dann haben ja die meisten das nicht schon wieder von der Hand gewaschen und sehen es nicht mehr, Glauben, sie haben den richtigen Ton gekauft und zu Hause, wenn sie ihr Make-Up dann länger auf dem Gesicht haben, dann sehen sie erst, oh, das ist ganz schön nachgedunkelt. Weil das ist das Problem bei diesen Pigmenten, gerade wenn sie mineralisch sind oder wenn es eben Eisenpigmente sind, was ganz viel in Make-Up drin ist. Es ist wie so eine kleine Verrostung. Deswegen bei vielen Make-Ups gilt, lieber einen halben Ton heller kaufen, weil es auf der Haut dann eben nochmal nachdunkelt. Die Bedingungen hierfür sind eben schlecht und es steht auch meistens keine Verkäuferin zur Verfügung, gerade die dich mal ausgiebig berät und die dann mit dir zusammen den richtigen Ton raussucht. Das ist der Vorteil in der Parfümerie, wo sich lustigerweise auch die Kundinnen gerne etwas mehr Zeit nehmen. Also die Parfümerie scheint da irgendwie was anderes mit uns zu machen als die Drogerie. Sich die Zeit zu nehmen, den richtigen Ton rauszufinden, ist gut, wirklich gut investierte Zeit. Und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist und ich war in einer ländlichen Drogerie, gut sortiert, groß, die Tester waren ekelhaft. Also es war wirklich nicht schön aufgeräumt. Schau dir dazu gerne mal mein Video Sephora Kids an. Es war alles verschmiert, viele Farbtöne fehlten einfach. Also das war keine ästhetische Freude und ich habe mir danach auch die Hände gewaschen und desinfiziert noch in der Parfümerie. Dort bin ich auf die Toilette, weil ich es schon alleine ekelig fand, diese Tester-Typchen anzufassen. Hast du solche Erlebnisse auch schon mal gehabt? Bei einem Make-up waren die sogar alle verstopft, die Tester. Ich habe das nicht mehr da rausgekriegt, was kein gutes Zeichen ist, weil das kann zu Hause dann nämlich auch relativ schnell passieren. Komme ich später nochmal drauf zu sprechen. So unabhängig davon, ich habe vier Make-ups gefunden und das Erste, was ich dir vorstelle, jetzt ist es endlich soweit, so. Das Erste, was ich dir vorstellen möchte, kenne ich schon sehr lange. Du vielleicht auch, gehörst du den Klassikern. Viel besprochen hier auf YouTube. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenke uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Es ist von Maybelline und heißt Fit Me Foundation. Und die Fit Me Foundation ist sehr unkompliziert. Ich finde, das ist auch so eine Anfänger-Foundation. Die vergibt einem viel, die verteilt sich super im Gesicht. Sie ist nicht so ganz so stark deckend, sie ist auch nicht so leicht. Meistens hast du mit einer Schicht kleine Pickelchen, Rötungen und so wunderbar abgedeckt. Die Haut sieht ebenmäßig aus. So kann man rausgehen. Deswegen mochte ich die gerne und habe die auch tatsächlich jahrelang, jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr, nur jahrelang auch im Fernsehen, auch auf der Bühne, bei Drehs und so weiter getragen. Also es ist eine leistungsfähige Foundation, die gut funktioniert. Du bekommst hier bei Fit Me 30 Milliliter mit einem Sunscreen 18, dass die den so genau ausrechnen. Finde ich schon echt spannend. Nun gut, Maybelline ist ja auch ein großer Konzern, die können sowas machen. Es gibt insgesamt 10 Farbtöne davon, die ich gesehen habe. Ich meinte mich zu erinnern, dass es mehr waren. Nur auf der DM-Webseite habe ich auch nochmal geguckt und auch in der Drogerie waren es nur 8. Online habe ich dann 10 gesehen. Weiß nicht, wo die anderen alle hinverschwunden sind. Die Textur ist so honigartig. Also es ist nicht ganz flüssig. Es ist auch nicht cremig. Die Flasche kommt mit einem Pumpspender. Finde ich beim Make-up auch immer schön. Es gibt ja sehr teure Make-ups, wo der Pumpspender extra gekauft werden darf. Nein, doch. Weiß nicht, ob das schon mal hat es den Fall. Finde ich sehr ärgerlich. Also ein Pumpspender sollte sich jede Marke leisten können. Und sie verspricht hydrates and smooth skin texture, natural luminous finish. Wenn ich schon lese, dass sie hydrates, sie hydralisiert, hydratisiert, hydriert. Ich, ich verstehe die Frage nicht. Die Haut, ja, das macht jedes flüssige Ding. Also wenn ich mir reines Wasser aus dem Kran ins Gesicht mache, ist die Haut auch kurz hydratilized, hydratet. Hä? Also, nur damit wir das klar haben. Ich will nur mal darauf aufmerksam machen. Beim Make-up bitte darauf gar nicht achten. Ist völlig egal. Hauptsache, der Effekt nachher, den du haben möchtest, der stellt sich ein. Wenn du dieses Make-up dir besorgst oder schon zu Hause hast und hast eine reifere Haut, bitte creme dich vorher gut ein. Bei diesem Make-up hast du sonst Trockenheitsfältchen. Das setzt sich ab an den Stellen, wo die Haut ein bisschen trockener ist, wo die Poren ein bisschen größer sind. Nicht sofort. Nur nach so drei, vier Stunden habe ich das dann immer gesehen. Das machen auch teurere Make-ups. Ist so ein bisschen normal. Kommt aufs Make-up an. Nur wenn du dich vorher richtig gut pflegst, passiert das definitiv weniger bis hin zu gar nicht. Das ist mein Tipp. Jetzt gucken wir auf die Inhaltsstoffe. Da sage ich euch gleich, Make-up, egal welches es ist, ist der Endgegner von Cleaner-Kosmetik, Naturkosmetik. Das geht gar nicht. Das ist so der entgegengesetzte Pol. Habe ich ja Anfang des Videos auch schon erwähnt. Deshalb hat es mich nicht überrascht, dass wir in diesem Schätzchen hier mehrere, nicht nur eins, gleich mehrere, fast alle Silikone gefunden haben. Also wie so ein kleiner Chemieunfall. So eine PEG-Derivate, das steht im Verdacht, die Haut sehr durchlässig zu machen, was nicht gut ist. Wir haben Chlorfenisin hier drin. Das steht im Verdacht, Eiweißbaustein und Erdgut verändernd zu sein. Also es ist so aus dem Fallen geschöpft. Ich will gar nicht hingucken, wenn du dieses Make-up mal benutzt oder abends drauf machst, ist es zu wenig, um dich zu vergiften. Also es ist noch niemand vergiftet umgefallen, weil er sich diese Foundation ins Gesicht gemacht hat. Nur inhaltsstofftechnisch, Leute, Maybelline, das könnt ihr doch besser. Ihr habt doch Geld, Kinders. Ah, dann fängt endlich jemand an, da zu forschen. Ja, dann haben wir hier auch noch Acrylates Copolymer drin. Ich will mal mit dem Finger drauf zeigen, weil Acrylates Copolymer wird von ganz vielen Herstellern als das Plastik, das kein Mikroplastik in Kosmetik ist, so deklariert. Das stimmt allerdings nur halb oder gar nicht, denn es ist einfach ein wasserlöslicher Kunststoff und in wassergelöster Kunststoff ist so eine Art Mikroplastik, weil was passiert, wenn du dir das abends vom Gesicht wäschst? Du hast den wasserlöslichen Kunststoff dann im Grundwasser. Ihr seht schon. Also unter den geringeren Übeln ist, was so die Deckkraft angeht und die Verwendung und so, ist es okayisch, weil wir ja keine großartigen Alternativen auch irgendwie haben. So, also das hat meine Gunst gefunden unter den geringeren Übeln. Zweites Make-up. L'Oreal Perfect Match. Dieses Make-up hier, ich habe mir das alles genau aufgeschrieben, kommt auch in der 30 Milliliter Abfüllung. Es ist ein Hautton anpassendes Make-up. Wow, it's magic. Kleine Frage an den Hersteller. Warum gibt es dann genau bei diesem Make-up 44 Farbtöne? Also selbst ich, die ich mich mit Kosmetik beschäftige, frage mich bei sowas. Was soll das denn? Wenn es sich dem Hautton anpasst, ihr Lieben, 44, dann weiß ich überhaupt nicht, wo ihr anfangen sollt, was auszuprobieren. Gut, ich weiß, die Make-up Pros, die lieben das. Möglichst viel, verstehe ich auch, die benutzen Make-up ganz anders. Die mischen das dann noch, die machen 1723 Farbtöne da draus. Nur, dann brauche ich doch A, kein Hautton anpassendes Make-up und B, Make-up Artists, die kaufen ja auch nicht das, sondern was ganz anderes, was viel mehr kostet. Okay, egal. Habt mich nur gewundert. Es kostet 14,99 Euro, ist also damit das teuerste Make-up, das ich euch vor die Kamera halte. Und, dieses Versprechen, das L'Oreal hier macht, ist, mit dem Perfect Match Make-up, ich lese euch das jetzt vor, hat L'Oreal Paris ein innovatives 3-in-1-Produkt entwickelt, das Pflege, Schutz und Foundation bietet. Die flüssige, federleichte Textur verschmilzt dank der Micro-Match-Technologie augenblicklich mit der Haut, passt sich dem Hautunterton an und optimiert Hautton und Struktur. Oh mein Gott! Wow! Sie verleiht der Haut eine extra Portion Pflege mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Hyaluron und Aloe Vera. Okay. Und verbessert das gesamte Hautbild. Das Ergebnis ist ein natürlicher, ebenmäßiger Tarn ohne Masken-Effekt. Also perfekt geeignet für die Haut. Ü50 würden wir meinen. Es ist ja auch nicht ganz schlecht. Wie gesagt, ich zeige euch ja die Make-ups, von denen ich jetzt sagen würde, die gehören zu den geringeren Übeln. Und ich fasse mich jetzt auch mal kurz, weil einiges habe ich schon bei Fit Me gesagt, was hier auch zutrifft. Es ist ein leichtes Make-up mit einem seidigen Finish, also schön für die Ü50 Haut. Und wenn es in Drogerien ein gutes Licht gäbe und eine kleine Farbberatung bei Bedarf, dann wären diese 44 Farbtöne auch gut geeignet, um genau den passenden für dich zu finden. Schlimm bei diesem Make-up, ich habe gesagt, ich zeige meinen Finger drauf, es enthält tatsächlich Yellow Six Lake. Das ist ein CI-Farbton. Alle Farbtöne in farbiger Kosmetik sind so gekennzeichnet, findest du immer auf der Inki-Liste, auf der Rückseite, die Inhaltsstoffliste. Und das ist der CI-Farbstoff 15985. Und der gilt als sehr bedenklich. Ich erspare dir und mir jetzt, was das bedeutet, kannst du dir dann gerne mal googeln. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Pest und Cholera bei Make-ups, würde ich es empfehlen. Da ist natürlich immer nur ganz wenig von diesen Sachen drin. Und die sind auch alle über die EU durchgewunken. Das heißt, es ist nicht unmittelbar toxisch, wenn dich das tröstet. Nur, wie gesagt, vom Ergebnis her ist es okay. Und vom Preis haben wir ja gesagt, halten wir uns geringfügig. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist jetzt Trended Up. Das ist eine DM-Eigenmarke, die Hydro Stay Silky Serum Foundation. Mit Hyaluronsäure und Vitaminkomplex. Her mit dem Schatz. Da ist die. Guck mal. Das sieht schick aus, oder? Also da finde ich ja nun, holen sie mich als Mädchen auch wieder ein Stück weit ab. Sehr schön verpackt in Glas. Also wir haben hier mal so ein bisschen Nachhaltigkeit. Finde ich übrigens generell bei Trended Up ganz schön. Die haben relativ viel in Glas-Behältnissen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten, wo wir mit Plastik zu tun haben. Hier Glas. Also erst schon mal ein Lob. Und der Preis. Unfassbar. 4,95 Euro. Oh my God. Für 30 Milliliter. Sonnenschutzfaktor 15. Es gibt 6 Farben. Waren leider nur 3 im Markt. Nur 6 gelbe ist theoretisch und online bestimmt. Und das Versprechen des Herstellers ist hier federleichtes, lang anhaltendes Make-up mit aufbaubarer Deckkraft. Also kannst mehrfach auftragen, kriegst dann immer mehr Deckkraft. Die zarte Serum Foundation pflegt die Haut intensiv mit Hyaluron und Vitaminkomplex und verleiht ein natürlich frisches Aussehen. Mit weichzeichnendem Blur-Effekt. Der Blur-Effekt, den habe ich übrigens öfter im Regal jetzt gesehen. Das scheint so ein bisschen... Bist du vom Fach? Ist das gerade Trend? Nö. Blur? Ich kenne das nur von so Videokonferenzen. Also kannst gerne mal in die Kommis schreiben, wenn du dich damit auskennst. So ihr Lieben, Serum Foundation heißt, ich rechne damit, dass das eher flüssig ist. Und hier kommen wir jetzt auch schon zum ersten kleinen Thema. Das ist mit Pipette. Ich mag Pipetten. Ich mag Glaspipetten. Nur guck dir das mal an. Das ist eine richtig lange Pipette. Das heißt, du hast hier ziemlich viel Hebelwirkung drauf. Und beim Raus- und Reingeben dieser Pipette kommt da natürlich Produkt auf den Rand. Das kann sich schnell dann hier im Deckelchen absetzen. Unschön. Also die Entnahme dieses Make-Ups würde ich jetzt schon als unpraktisch deklarieren. Ich selbst benutze auch Glaspipetten. Aus umweltfreundlichen Gründen. Also umwelttechnisch hier schon wieder ein Bonuspunkt. Nur da kann so eine Pipette hier vorne sehr leicht verstopfen. Und dann ist es ärgerlich, wenn du noch ganz viel Make-Up hier drin hast und kommst mit der Pipette nicht mehr dran. Also hier ruhig zwischendurch mal sauber machen. Und auch den Rand, wenn du fertig bist, immer wieder sauber machen. So ansonsten kommt es hier ganz gut raus. Es ist auch recht flüssig. Was mich erstaunt hat, hier ist die Pigment-Dichte. Für eine Serum-Foundation habe ich mit viel weniger gerechnet. Bei mir deckt es instantan richtig gut ab. Also der Hersteller sagt ja, leichte Deckkraft. Fürs Abdecken von so einer leichten Cooperose reicht es schon aus. Also finde ich gar nicht verkehrt hier. Es ist, und das ist ein großer Nachteil von diesem Produkt, auffällig stark parfümiert für ein Make-Up. Es hat so ein, sagen wir, fruchtige Süße. Es erinnert mich an so Deos, als ich 13 war. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Geht nach einer Zeit weg, dauert allerdings ein bisschen. Also so eine halbe Stunde hatte ich mit dem Duft hier zu tun. War ich im Dialog mit dem Duft. Da hier eine Menge Pigmente sind, empfehle ich dir, bevor du das aufträgst, richtig viel Pflege aufzutragen. Richtig viel. Und dann erübrigt sich das, dass wir hier über ein Serum sprechen, weil das Serum kommt dann eh durch die Lipidschicht auf der Haut nicht mehr durch. Ein Serum würde ja zuerst aufgetragen. Nur das hier ohne Pflege zu tragen, geht gar nicht. Also geht überhaupt nicht. Da kann ich meine Falten auch mit einem schwarzen Liner nachzeichnen. So werden die dann betont. Deshalb, wenn du dich vorher richtig dick eincremst und es dann drauf machst, hast du wirklich eine tolle, wunderschöne Deckkraft, finde ich, die auch sehr natürlich aussieht. Jetzt kommen wir zur Inki, also zu den Inhaltsstoffen dieses Make-ups. Und da habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet. Es geht allerdings. Also für 4,95 Euro. Okay. Wir haben relativ viel Silikon. Dafür dann allerdings auch recht viel Feines für das Geld. Also es geht relativ früh los tatsächlich mit den pflegenden Inhaltsstoffen. Können wir mal kurz drauf schauen. Wir haben hier Hyaluron. Das ist ein Feuchtigkeitsbinder. Panthenol. Das beruhigt die Haut sehr schön. Panthenol übrigens, Vitamin B5. Niacinamide. Wisst ihr, ist ja auch ganz gut, wenn es um Pickelchen, große Poren und so weiter geht. Vitamin B3. Pyridoxine, HCL. Vitamin B6. Wissen die wenigsten. Ist auch drin. Calcium, Vitamin C. Also gar nicht mal so verkehrt. Was mich echt stört an der Inki, ist, dass Titaniumdioxid drin ist. Grundsätzlich ist das okay, nur es ist in Nanogröße drin. Und da gibt es mittlerweile Warnzeichen bei den einschlägigen Plattformen im Internet, auch von einigen Wissenschaftlern. Nanotitaniumdioxid darf nur noch in flüssigen Texturen verwendet werden. Trocken als reines Pigment nicht mehr, weil es beim Einatmen wirklich Schaden anrichten kann im Körper offensichtlich. Das ist also nicht so empfehlenswert. Da habe ich mich gewundert, weil schade. Schade. Hätte es nicht gebraucht in meiner Welt. Hallo DM, vielleicht wollt ihr das ja bei Gelegenheit nochmal verändern. Wenn du eine etwas stärkere Kuperose hast, mal richtig Pickel, Ausbreak und so, ist es wahrscheinlich bei einmal auftragen zu wenig, dann darfst du es zweimal auftragen. Das sind auch schon die einzigen Kritikpunkte. Also für 4,95 Euro bis jetzt der Gewinner von all den Make-ups, die ich aus der Drogerie für dich für uns getestet habe. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und jetzt geht es richtig ins Blur-Thema, denn die NYX, die NYX Bare With Me Blur Professional Foundation, wenn ich sie dann fertig ausgesprochen habe, hier ist sie, hat, obwohl es kleiner aussieht, auch 30ml Inhalt. Also alles gut. Lichtschutzfaktor ist hier nicht explizit ausgelobt. Gibt es allerdings in 12 Farben. Das finde ich ganz gut. Also so 3 oder 4 finde ich ein bisschen wenig. 44 finde ich für mich zu viel. 12 ist super. 10,95 Euro der Preis. Und die Versprechung hier ist, sie überzeugt mit einer leichten Textur und einer mittleren Deckkraft. Doch die Foundation deckt nicht nur kleine Makel ab. Sie kann unter anderem den natürlichen Hautton dank Niacinamide-Pulver aufhellen und diesen verstärken. Zudem können leichte Rötungen beruhigt, überschüssiger Teig absorbiert sowie Poren verfeinert werden. Für diesen Effekt sorgt die mit Matcha-Pulver, korrigierendem Seidenpulver und Niacinamide-Pulver angereicherte Formulierung. Für ein ebenmäßig aussehendes Hautbild und ein weiches Hautgefühl. Ist ja vielversprechend. Ist jetzt auch nicht so viel Pflegeversprechung drin. Es ist eher Heilungsversprechend drin. Also nicht versprechend. Ist ja immer ein Kann davor. Da wissen die Hersteller schon, wie es geht. Grundsätzlich erinnert mich das sehr stark an das, was früher von den reinen Mineral-Foundations behauptet wurde. Was sich ja auch nur zum Teil dann bewahrheitet hat. Nur hier scheint mir das so. Beim Probieren, die habe ich wirklich jetzt auch zum ersten Mal getestet, ist mir aufgefallen, dass sie wirklich eine sehr gute Deckkraft hat. Also die geht schon von mittel bis stark. Ich brauche da echt nur eine dünne Schicht und die deckt recht zuverlässig ab. Sie ist allerdings beim Verteilen auch so ein bisschen schwergängiger, finde ich. Also man braucht ein bisschen Geduld und Muße, um die überall gleichmäßig im Gesicht, am Hals und so weiter dann auch zu haben. Wenn sie dann mal sitzt, sitzt sie gut. Was mir aufgefallen ist, dann schon sehr schnell nach fünf Minuten, die dunkelt echt stark nach. Das zeugt davon, dass hier eine Menge natürliche Pigmente drin sind. Und sie wird leicht rötlich. Also ich hatte dann auf einmal einen sehr, sehr anderen Hautton als beim Auftragen. Deshalb die auf jeden Fall einen ganzen Farbton heller kaufen. Das ist vollkommen okay. Das wird sich dann auf dem Gesicht angleichen. Dadurch, dass viele Pigmente drin sind, auch hier gilt ganz viel Creme drunter. Wenn du hier nicht ordentlich gepflegte Haut drunter hast, wird die sich in den Fältchen absetzen. Funktioniert gut mit einer guten Creme drunter, habe ich ausprobiert für dich. Kein Thema dann. Und dadurch, dass sie durch die vielen mineralischen Pigmente eben auch etwas austrocknet und der Hersteller ja auch auslobt gegen kleine Pickelchen, gegen ölige Haut. Ich glaube, dass eine sehr trockene Haut hier nicht glücklich wird mit. Also eine trockene, normale Mischhaut, so diese ganz normale Range kann damit gut arbeiten. Darf ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Creme drunter nehmen. Die sehr, sehr trockene Haut ist hier raus aus der Nummer. Jetzt schauen wir auf die Inki. Was ist mir da aufgefallen? Es ist eine richtige Silikonbombe. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, da ist ganz viel Natur drin. Hier ist sogar die Wasserphase. Also meistens steht auf der Inhaltsstoffliste als erstes Aqua Wasser. Das ist hier schon Silikon. Also kein Wasser. Das Wasser kommt dann später. Und Silikon ist nicht furchtbar schädlich für die Haut. Es ist allerdings, sagen wir es einfach mal, Platz stimmt nicht ganz. Es ist so was wie Plastik. Und es ist nicht schön für die Umwelt. Und mit viel Silikon zu arbeiten, bedeutet eben auch, sich wie so eine Art Strumpf, also Film über die Haut zu legen. Das sieht dann zwar im ersten Moment geglättet aus, nur es ist eine optische Täuschung. Und späterhin kann auch Silikon sich ganz arg in die Fältchen setzen. Das ist mir bei der auch aufgefallen. Es kam zwar erst sehr spät, erst gegen Abend. Nur dann habe ich deutlich gesehen, wie diese Foundation in die Fältchen reinrutscht. Und das war einfach nicht so schön. Also wir haben hier deutliche Silikonbombe. Wir haben auch ein richtiges PEG-Süppchen. Deswegen auch hier, ich kann jetzt nicht sagen, das ist meine Vollempfehlung. Nur für den Preis vollkommen in Ordnung. Und gerade wenn du eine etwas öligere Haut hast, eine Mischhaut hast, dann könntest du die hier nehmen. Hier wird ja sehr stark über das Thema Matcha und Pflege und so weiter gesprochen. Das kommt, wenn wir uns die Inki anschauen, sehr weit hinten bei dieser Foundation. So, aus meiner Erfahrung im Labor würde ich sagen, da sind noch ein paar mehr Moleküle Matcha drin. Mit sehr viel würde ich nicht rechnen. Und ich kann mich da irren, weil ich habe es jetzt nicht im Labor auseinandergenommen. Die Zeit hatte ich nicht. Hier kleiner Sidekick. Das Display in der Drogerie war eine Katastrophe. Ich wollte gerne die Farbtöne ausprobieren. Das ging nicht. Wenn ich das jetzt hier zeige, die hat eine sehr, sehr dünne Tülle hier eingearbeitet. Und ich kann mir bei der Pigmentdichte vorstellen, dass diese Tülle verstopft und zutrocknet. Also hier ganz wichtig, mach die bitte, bitte sauber. Wenn du die benutzt, geh mit einem Tüchlein drüber, was auch immer. So, jetzt kommt mein Fazit. Bei täglichem Gebrauch habe ich jetzt so für mich wieder festgestellt, als ich auf diese Inhaltsstofflisten geguckt habe, bei täglichem Make-up-Gebrauch und bei Freude am Schminken, da lohnt es sich wirklich, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wenn du dir mein Video für 50 angeguckt hast, bei den teureren Make-ups haben wir auch immer noch Schindluder drin. Nur es ist definitiv weniger. Also da habe ich dann schon bei den Produkten, die ich dir empfohlen habe, einige dabei, wo ich sagen würde, da tust du dir, deiner Haut, der Umwelt und auch dem Inneren deines Körpers einen größeren Gefallen und kannst mit besseren Gefühlen schminken. Wenn es mal für einen Abend ist, für eine Party, für nicht ständig im Büro, dann ist es total in Ordnung, finde ich, sich ein günstigeres Make-up in den Spiegelschrank zu stellen, um es da zu haben für den Notfall und dann auch da auf ein bisschen Qualität zu achten. Das tut einfach gut, sich vielleicht auch mal durch 1, 2, 3 Produkte durchzuprobieren und dann festzustellen, was dir gut tut. Das heißt übrigens auch nicht, wenn du hier so ein Make-up jeden Tag benutzt, dass es dir Pickelchen macht oder dass es der Haut nicht bekommt. Nur manche Dinge, die wir auf die Haut draufgeben, wandern halt doch in den Körper rein. Und im Körper sehen wir oft erst, wenn es zu spät ist, dass sich da was angereichert hat oder dass sich was angesammelt hat. Und als Verfechterin der cleanen und minimalistischen Kosmetik in diesem Kanal dann eben einfach nur der wirklich freundlich gemeinte Hinweis an dich. Achte da ein bisschen drauf. Wir haben genug Belastung für unseren Körper über alle möglichen Wege. Dann brauchst du doch bei dem schönen Thema Make-up nicht auch noch so dreckig zu sein, oder? Finde ich.